Und damit herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge von Let's Play Lords of the Fallen. Ja, wir sollen immer noch Kastlo finden. Gut, die Gegner sind natürlich wieder gespawnt. Gehen wir erstmal hier lang. Ich erinnere mich, der war fies. Ich erinnere mich. 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 Was? Wieso? Was? Alles klar. Damit können wir die Atteg machen. Okay, okay. Ich will den jetzt nochmal versuchen, ihn dort zu kriegen. Wir müssen den erst... Ich muss auf uns zukommen. Okay, okay. Okay, okay. Jetzt hat er uns auch mal gewischt. Wir kriegen das hin. Jetzt. Ja, sehr schön. Überliebt hat er nicht gegeben, ne? Aber wir können... What the fuck? Was? 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 Kommt, das kann doch jetzt nicht sein. Was ist denn jetzt eigentlich so stark? Jetzt weiß ich nicht, wieso es hier so stark ist, die Wand. Sonst ist es nie so stark. Tür öffnen. Kommt, der große Axt. Alles klar, die ist jetzt extrem schlecht. Weil wir Steckern vorruf 20, alles klar. Das ist so. Oh fuck, 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 fuck. Der ist jetzt wieder noch nicht so stark. Keine Ahnung, was alt ist, der gerade explodiert. Und... Alter... Ähm, tut mir jetzt weiter, dass die Folge so geht hier, aber... Pass mal auf, das Problem ist, dass er jetzt hier wieder da ist. Wir sprinten jetzt einfach... Wir sprinten jetzt einfach durch. Oh, das ist unsere Erfahrung wieder. Hiervon steht... Hier stehen zwei davon. Ähm... Warum mache ich das bloß alles? Diese Tür wird durch eine magische Barriere verspärt. Ähm... Hey! Nein, 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 nein. Ah, nein. Ach, nein. Wir enden jetzt hier wieder lang. Nein? Gucken wir mal. Gucken wir mal. Die Lage gerät außer Kontrolle. Die Dorfbewohner sammeln sich vor dem Kloster und verlangen zu. Wir können keine weiteren hereinlassen. Sonst... Verhungern wir alle. Antanas hat uns befohlen, das Tor zu schließen. Ich verstehe seine Beweggründe, aber das sind Menschen. Er sollte sie retten. Ich weiß nicht, was ich jetzt mal mache. Jetzt probiere ich mal wieder das Großschwert aus. Ich will mal versuchen, den, wie das aussieht. Okay, kommts. Das Klammeln. Alles klar. Hoho. Ich weiß nicht, irgendwie... Hab ich das Gefühl, dass wir überladen sind. Ja, alles klar. Machen wir das Schild weg. Alles klar. Wir hauen das Ding einfach mit einem Weg weg. Alles klar. Okay, okay. Okay, ähm... Den... Müssen wir Bossgegner noch töten? Okay, also die Waffe ist nicht mal so schlecht. Nee, 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 nee. Da steht ein Bogen-Schütze. Oh nein! Und hier ist die Bogen-Schütze. Ah nein! Auch ganz okay! Und dann haben wir. Da ist Kasselung. Dann wird es so. Ich gehe jetzt mal auf Vitalität, weil mein Leben ist, glaube ich, gar nicht mehr so schlecht. Und hier ist Kassel. Harkin, da bist du ja endlich. Schnell, wir dürfen keine Zeit mehr verlieren. Wo warst du? Ich war in der Zitadelle und konnte mit Antanas sprechen. Er sagte mir, dass die Roga ein Portal verwenden, um hier einzudringen. Die Roga-Herrscher dürfen unsere Welt nicht mehr betreten. Du musst durch die Wegpforte reisen und ihr Portal auf der anderen Seite zerstören. Also, was soll ich tun? Wir müssen verhindern, dass die Roga-Herrscher in unsere Welt kommen. Das hier ist eine Wegpforte, Harkin. Der Ort, um den das ganze Kloster einst gebaut wurde. Von der anderen Seite aus gelangen die Roga hierher. Und wenn ich da bin, wie kann ich sie aufhalten? Das Reisen durch Dimensionen erfordert große Mengen Energie. Halte dort drüben Ausschau nach einer starken Energiequelle. Alles klar. Genug gewählt. Sichere Erd auf dem Friedhof ist ein Herrscher. Er muss besiegt werden, bevor wir fortfahren können. Alles klar. Das habe ich gerade aus Versehen. Das war wirklich nicht mehr da sehen. Das ist ein bisschen wie es gibt. Okay. Herrscher auf dem Vor... Äh, so ein Bossgegner. Das wird wahrscheinlich... Ah, vielleicht wird die Folge ein bisschen länger. Jetzt sind wir jetzt durch, ne? Jetzt wird die Stimme jetzt durch, ne? Ach, ein Sehen sind wir mal. Alles klar. Okay, okay, okay. 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 Also, wir haben gesehen, wir machen relativ viel Schnauben. Ich glaube, die war für uns gar nicht mal so schlecht. Wir versuchen Heimer. Nebenbei sind die Täter. Okay, okay. Okay, okay. So, we must not send that. Okay, okay. Okay, okay. Okay, okay. Ich glaube, wir holen uns ins ERP wieder. Wenn wir jetzt haben, dann komm her. Okay, okay. die 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 ja ja jetzt es ist es ist das ging ich habe es wieder zu stellen Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020